In dem heutigen Video möchte ich mit euch zusammen die Aufstellung für die anstehende 37. Spielwoche besprechen, möchte einen Rückblick auf die 36. Spielwoche wagen und natürlich wieder live mit euch meine Rewards enthüllen. Und wenn euch das interessiert, dann bleibt auf jeden Fall dran und damit ein recht herzliches Willkommen auf meinem Kanal MoneyMafia. Wie einleitend besprochen, natürlich gehen wir zuerst auf die zurückliegende 36. Spielwoche ein. Ihr seht es hier oben, ich habe zwei Rewards gewonnen im Limited-Bereich. Das war nicht im Underdog, wo das funktioniert hat. Hier seht ihr, das hat nicht gereicht, auch weit weg von den Rängen, also bis zum 550. Platz hätte man da was gewonnen. Und ja, was hier natürlich gute Ergebnisse waren, waren zum Beispiel TJ McConnell, Luke Knorr zum Beispiel. Aber ansonsten Goodwin, Rivers und Concha, ja, eher nicht so beigetragen. Also im Großen und Ganzen hätte man hier wirklich ein paar Leute gebraucht, die überragende Leistung gebraucht hätten. Da wundert es mich auch jedes Mal, wie da die, keine Ahnung, 1. bis 20. Platz, was die für Aufstellungen da reinbringen. Das ist echt Wahnsinn manchmal. Aber gut, hat da nicht sollen sein. Im Limited-Contender habe ich eine Tier 5 gewonnen, oder werde ich eine Tier 5 gewinnen. Ich meine, ihr seid live dabei beim Enthüllen. Da hat mich Malik Monk und Franz Wagner natürlich schön weit nach oben gezogen. Malik Monk, absolut krasses Spiel. Im Spiel mit den zweitmeist jemals geworfenen Punkten in der NBA-Geschichte. Und hat da mit, ja, Darren Fox echt abgerissen für die Kings gegen die Clippers, war das. Haben da mit einem Punktunterschied gewonnen. Also echt stark. Kings immer noch echt eines meiner Überraschungsteams, wo ich sage, echt stark, was sie da gemacht haben. Und machen dann weiterhin diese Saison. Also er hat hier gut beigetragen. Und auch ansonsten hier Bruce Brown zum Beispiel auch eine sehr gute Leistung. Von daher bin ich hier dann eben entsprechend in die Ränge gekommen. Natürlich schade, wenn man gerade so einen wie Monk hier aufgestellt hat. Dass dann eben von Haze und Sharp nicht mehr ganz so viel gekommen wäre. Da wäre vielleicht noch ein bisschen mehr drin gewesen. Und apropos, ein bisschen mehr drin gewesen. Das ist auch das Motto, wenn man sich das anschaut, was im Limited Champion los war. 547. von 8600 gewonnen. Und ich habe Embiid drin. Ich habe Fox drin. Also von den, ja, sag mal, von den vier besten Spielern habe ich Spieler 3 und 4 aufgestellt. Ich hätte Jokic vielleicht auch noch bringen können. Aber gut, das hätte dann hier alles vorne und hinten nicht gepasst. Hätte ich aber auch eine Aufstellung gehabt. Also das, ja, war eine sehr gute Aufstellung aus meiner Sicht. Drew Holiday auch echt stark gespielt. Schröder auch ein gutes Spiel. Joe Inglitz leider ein bisschen abgefallen hier mit lediglich 13 Punkten. Ansonsten wäre da vielleicht sogar noch deutlich mehr drin gewesen. So bleibt es bei der Tier 4. Und das wollen wir uns natürlich jetzt gleich live zusammen anschauen. Und ihr seid bei der Enthüllung natürlich wie immer dabei. Gut, die Tier 5 kommen. Die enthülle ich euch auch gleich nochmal. Ein Guard von den Magic. Caleb Houston. Okay, nehmen wir mit. Tier 4 Limited. Von den Heat ein Guard. Und zwar Victor Oladipo. Ja, das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht, muss ich sagen. Also das ist natürlich häufig verletzungsbedingt immer nicht so am Start. Aber hier als Tier 4 Oladipo zu haben. Hier 25 Punkte Durchschnitt. Ist echt nicht verkehrt aus meiner Sicht. Und Tier 5 Limited. Das ist natürlich dann fragwürdig, ob man den nutzen kann. Von den Jazz. Ein, ja, Center. Und zwar Micah Potter. Und ja, bei den Jazz haben wir ja den Walker Casper, der da ja quasi stammt hinter ist. Da ist auch glaube ich nicht so viel dran vorbeizukommen. Und er ist glaube ich hier auch nur dritter Mann. Durchschnittspunkte 6. Also ihr seht, den werde ich vielleicht nicht so sehr nutzen. Aber das schauen wir uns dann gleich nochmal genauer an. Was die beiden aus dem Blickwinkel des passiven Einkommens denn erwirtschaften würden. Zuerst schauen wir uns erstmal Victor Oladipo an. Also aus meiner Sicht wirklich ein echt starker Spieler. Leider verletzungsbedingt häufig ausgefallen. Und wir sehen hier auch, dass er lange, ja, hier auch ausgefallen ist. Auch vorher, bevor dem Spiel gegen die Cavs auch vorher lange ausgefallen ist. Also das ist natürlich immer ein bisschen schade. Weil er dann natürlich erstmal wieder in den Rhythmus reinkommen muss. Und immer wieder mit Verletzungssorgen zu kämpfen hat. Aber hier sind wir, er ist jetzt wieder zurückgekommen. Hoffentlich bleibt er fit und kann weiterspielen. Wenn wir uns angucken, was er hier die letzten, ja, Tage eingebracht hat. Das ist sehr unterschiedlich. Ähm, ja, ich nehme mir jetzt einfach mal 5 Euro an. Ja, wenn man 5 Euro für diese Karte bekommt, da ist dann Victor Oladipo, glaube ich, schon gut damit dabei. Dann schauen wir uns gleich nochmal den zweiten an. Und zwar Mika Potter. Da sehen wir eben auch, dass er nicht so häufig natürlich spielt. Und auch hier sehr unterschiedlich. Ich sage mal, gehen wir mal von einem Euro aus, was man hier mit den Wien reinbringen könnte. Dann wäre er und Oladipo 6 Euro. Wie gesagt, ihr kennt die Rechnung. Eine Kalenderwoche hat zwei Spielwochen. Das wären dann 12 Euro. Das Ganze mal 4 für einen Monat. Dann sind wir bei 48 Euro. Also knappe 50 Euro, die man hier nebenbei verdienen würde. Und ich glaube, Oladipo, wenn ich den jetzt ein bisschen halten würde, jetzt natürlich nach den Verletzungen und den Spielen, die er hatte, ist der Preis natürlich gedroppt. Aber wenn man geguckt hat, wie er die Saison teilweise gespielt hat, auch Richtung 30er Durchschnitt. Das ist dann, glaube ich, nochmal ein ganz anderes, ja, ein ganz anderer Schnack dann. Und von daher, glaube ich, ist da auch noch mehr drin. Aber 50 Euro nebenbei, ich glaube, da wird sich keiner beschweren, wenn man das hier mit einer Tätigkeit verdient, wo man einfach nur sein Hobby einfließen lassen kann. Und ich gucke mir sowieso die Spiele an und ich glaube, das ist wirklich eine interessante Möglichkeit für jeden Passiv nebenbei ein bisschen Geld zu verdienen. Und dann geht es natürlich direkt weiter mit den Aufstellungen für die anstehende 37. Spielwoche. Ich beginne mal mit den Limited Veterans diesmal, weil ich da wirklich geguckt habe, okay, welche, ich sag mal, älteren Spieler kann ich hier denn entsprechend auch nehmen. Und da habe ich mich beim MVP für einen Kyrie Irving entschlossen. LeBron James, ja, ist ja beim letzten Spiel so ein bisschen Probleme mit dem Knöchel gehabt. Weiß ich jetzt nicht, ob er jetzt wieder spielen wird. Lakers auf jeden Fall momentan, ja, ganz gut in Form nach der ganzen Trade-Deadline-Geschichte. Irving, ja, da ist natürlich immer so das Thema. Er wird sich natürlich mit Doncic immer so ein bisschen die Punkte wegnehmen aus meiner Sicht. Also da ist ein bisschen der Durchschnitt ein bisschen gesunken. Das ist natürlich dann natürlich ganz klar. Und das wäre natürlich auch gut für die Mervis, wenn die sich gut verstehen auf dem Feld. Aber dafür habe ich mich dann trotzdem hier für ihn entschlossen, weil natürlich punktemäßig schon viel hier mit reinfließt. Und ja, ansonsten nicht so viele andere Alternativen waren. An zweiter Stelle hier in Drew Holiday. Ja, Yannis Antetokounmpo, ja, verletzungsbedingt ausgefallen beim letzten Spiel. Hat mich sowieso überrascht, dass er gespielt hat. Und ja, immer wenn er nicht spielt, hatte ich beim letzten Video schon gesagt gehabt. Und das war auch die Argumentation, warum ich ihn letztes Mal reingemacht habe. Dann, ja, steht und fällt viel eigentlich mit Drew Holiday. Und deswegen habe ich ihn hier aufgestellt. Auch die beiden Matchups gegen die Nets und gegen die Magic sollten sehr dankbar sein für ihn. Und von daher, und auch für die Bucks natürlich. Und das sollte die Siegeserie fortgesetzt werden. Und von daher habe ich ihn mit aufgestellt. Und auch natürlich den Brook Lopez, der dann auch Matchup-mäßig, ja gut, bei den Nets hast du Claxton, der auch sich schon stark verbessert hat. Aber das ist natürlich nicht einer wie Brook Lopez. Und da sehe ich den schon stärker, auch im Vergleich bei den, ja, Magic. Und von daher ihn hier aufgestellt. Dann noch zwei Jungs von den Indiana Pacers. Und zwar den TJ McConnel. Ist jetzt vom Punktedurchschnitt wieder gut zurückgefahren. Den kann man ihn immer gut nutzen, weil er echt ab und zu für eine Überraschung gut ist. Auch wenn er eben nicht so in der Stammformation spielt. Obwohl ich eigentlich glaube, dass er, ja, mehr Spielzeit bekommen sollte als zum Beispiel Nembhard. Auch wenn man natürlich Nembhard entwickeln möchte, weil es noch ein junger Spieler ist. Aber gut, so ist es mal. Und Buddy Hield natürlich ganz knapp beim, ja, All-Star-Weekend am Three-Point-Kontest-Sieg vorbeigestrammt. Jetzt zwei Spiele mit den Pacers eben entsprechend gegen die Spurs und gegen die Mavericks. Und vor allem gegen die Spurs, glaube ich, ist es ein relativ gutes Matchup. Spurs ist ja ganz tief im Tabellenkeller drin. Also da wird, glaube ich, nicht so die große Gegenwehr kommen. Und ich glaube schon, dass er hier auch gut durchkommt. Und auch ganz gut in Form aus meiner Sicht. Und von daher traue ich ihm das hier zu, dass er von eines dieser beiden Spiele eins gut gestalten wird. Und so sieht die Aufstellung bei mir für Limited Veterans aus. Dann machen wir weiter mit Limited Champion. Da habe ich mich am MVP-Position für den Joel Embiid entschlossen. Einfach in der Gedanken, hier drei Spiele. Jokic nur ein Spiel gegen die Youth Rockets. Auch wenn das natürlich ein, auf meiner Sicht, gutes Matchup für ihn ist. So wie eigentlich fast jedes Matchup, was er bekommt. Aber Embiid auch krass in Form momentan. Drei Spiele zweimal gegen die Heat. Einmal gegen die Mavericks. Und da ist es auch, glaube ich, körperlicher. Und da ist er da jeweils im Vorteil. Und das möchte ich deswegen so gestalten, ihn hier aufgestellt zu haben. Auch vom Matchup her, ihr seht nicht so die extrem hohen Punktzahlen. Also jetzt, normalerweise habe ich hier mal zwei Topstars, sage ich mal, drin. Und jetzt hier wirklich drei, wirklich sehr, sehr gute Spiele aus meiner Sicht. Wie Miles Turner. Da aus meiner Sicht auch vom Matchup her ist es natürlich, wenn er dann als Big kommt. Vor allem die Spurs, die jetzt Pöltle abgegeben haben. Und auch bei den Mavericks, die da auch nicht so groß, sage ich mal, sind. Und auch nicht so stark besetzt sind auf der Center-Position. Aus meiner Sicht eines der Schwachstellen von denen. Wird er, glaube ich, gut zum Zug kommen. Bin ich relativ optimistisch. Und deswegen habe ich ihn aufgestellt. Der dann als nächstes ist ein Zach Levine. Ist ja auch weiterhin super in Form. Auch wenn die Bulls so ein bisschen hinterherhängen. Vielleicht kriegen sie jetzt noch den Turnaround, um ihren Push zu machen. Zwei Spiele. Einmal gegen die Raptors und gegen die Detroit Pistons. Aus meiner Sicht zwei Spiele, die auf jeden Fall machbar sind. Vor allem gegen die Pistons. Bei Pistons auch extrem viele Spiele momentan verletzt. Und er hat auch, ja, das letzte Spiel gegen die Pistons, sehr guten Score abgeliefert. Und deswegen habe ich mich da für ihn entschlossen. Dann Jeremy Grant, der hier mit 28 Punkte Durchschnitt reinkommt. Aus meiner Sicht deutlich, deutlich, ja, mehr in der Lage ist, an Punkten zu generieren. Hat jetzt natürlich auch immer so ein bisschen das Thema, dass, ja, wenn jetzt so einer wie Lillard extrem aufdreht, dann kommt nicht so viel bei ihm an. Und, ja, das ist natürlich dann schwierig. Aber ich glaube hier vor allem auch Matchup-mäßig gegen die Warriors und vor allem gegen die Pelicans, wo natürlich auch jemand wie, ja, Zion fehlt. Immer noch verletzungsbedingt. Deswegen glaube ich schon, dass das für ihn in die Karten spielen sollte. Und dann last but not least, rein punktemäßig, blieb mir da nicht mehr so viel anderes übrig, als hier einen Jonathan Komingo aufzustellen. Ja, gegen die Clippers, gegen Portland Trailblazers. Ich bin mal gespannt. Er spielt hier auf jeden Fall momentan, weil natürlich auch die Warriors verletzungsbedingt einige Sorgen haben, weil jetzt die letzten Spiele auch in der Stammformation. Das ist ja schon mal gut. Das heißt, da wird er auf jeden Fall an Zeit kommen und das sollte dann auch hoffentlich in höhere Punktezahlen entsprechend, ja, summieren. Hoffentlich größer als diese 16 Durchschnittspunkte. Und ich glaube, das ist ein relativ gutes Team, was ich hier aufgestellt habe und bin optimistisch für die neue, ja, Spielwoche. Und jetzt gehen wir noch abschließend auf den Contender ein. Und hier habe ich an erster Stelle erstmal gleich den Joe Inglitz. Ich wollte erstmal wirklich Punktezahlen-mäßig ein bisschen tiefer stapeln, damit ich, wie ihr seht, schon hinten so ein, wie man Walker Kessler noch aufstellen konnte, also mit einem 32er-Punkte-Durchschnitt. Und ja, wie gesagt, Joe Inglitz, wie gesagt, Brooklyn Nets und Orlando Magic, zwei Teams, die aus meiner Sicht machbar und dankbare Gegner sind. Yannis fehlt, also das heißt, er wird definitiv auch ein bisschen mehr an Spielzeit kommen und ich hoffe, dass das auch entsprechend bei ihm dann auch umgesetzt wird. Ich glaube, er ist wirklich ein sehr wichtiger Spieler für die Bucks, auch wenn jetzt Jay Crowder jetzt auch schon wieder mit zurück ist oder jetzt quasi getradet wurde. Und das wird natürlich auch vielleicht ein bisschen Spielzeit von ihm wegnehmen. Aber ich bin optimistisch und habe ihn deswegen aufgestellt. Dann Marvin Begley, der sein Debüt gefeiert hat und erstmal extrem abgerissen hat, also mit, ich glaube, Richtung 50 Durchschnittspunkte oder 50 Punkte das Rare-Score hier gemacht hat. Also extrem heftig und hoffentlich kann er das aufrechthalten. Er hat dann natürlich auch genommen, weil er dann hier auch entsprechend zwei Spiele hat gegen die Charlotte Hornets und gegen die Bulls und natürlich ihn auch aufgestellt, weil bei den Pissens extrem viele Leute verletzungsbedingt ausfallen und da kann ich mir vorstellen, dass er da auch auf Spielzeit kommt. Dann an nächster Stelle Dennis Schröder. Er hat zwei Spiele gegen die Grizzlies und gegen die Oklahoma City Thunder, gegen die Thunder, gegen sein Ex-Team. Also das kann ich mir vorstellen, dass er da auch ein bisschen motiviert ist und ein bisschen mehr. Und da ist ja auch zum Beispiel jemand wie JGA, der da auch jetzt eben auch ausgefallen war. Also von daher, ich bin optimistisch, dass er eins von diesen Spielen auch gut meistert. Jetzt in diesem, ja die Lakers, wie sie jetzt momentan aussehen, ist glaube ich echt ganz gut zusammengestellt. Er kriegt häufiger den Ball, ist auch optimistisch und fühlt sich auch besser jetzt im Spiel, weil der Ball einfach häufiger durch sein Ende geht. Und ich glaube, das ist ein gutes Zeichen und deswegen habe ich ihn hier aufgestellt. Dann bleiben wir natürlich gleich bei den deutschen Spielern. Ich habe hier Franz Wagner, auch mit 22 Durchschnittspunkten, dann muss man ihn aufstellen aus meiner Sicht, weil er deutlich mehr in der Lage ist, hier zu generieren. Zwei Spiele gegen die Pelicans und gegen die Bucks. Natürlich keine leichten Spiele, vor allem gegen die Magic. Aber bei ihnen ist es natürlich so, wie bei der Magic, dass es natürlich eher ein schwaches Team ist, aus meiner Sicht. Auch wenn sie viel kämpfen muss, ich muss man ihnen auch wirklich eingestehen. Aber dann ist natürlich immer jemand, der da schon herausragt und das ist er nun mal, der dann auch häufig viele Punkte generiert. Von daher kann man ihn, glaube ich, immer auch gut einsetzen, tatsächlich. Auch wenn eben die Magic wahrscheinlich nicht so viel reißen, aber es ist hier leider ja eine Betrachtung, eine Einzelspielerbetrachtung. Was ja immer eigentlich ein Mannschaftssport sein sollte, aber gut, so ist es nun mal. Und last but not least natürlich den Rookie Walker Kessler, der auch extrem gut in Form ist nach dem All-Star-Weekend. Ich glaube, da hat er ein bisschen Auftrieb bekommen, als sie den Skill-Challenge gewonnen haben. Ich habe hier hin und her gesprochen, muss ich wirklich sagen. Ich hatte eigentlich zuerst den Brandon Ingram drinne. Vom Matchup her ist es, glaube ich, da auch ganz gut gewesen. Und ihr seht, ich habe hier einige 32er, Gabe Trent Jr., Jalen Williams, Kelton Johnson. Aber ich glaube, Walker Kessler ist einfach ein bisschen besser in Form als die anderen gerade. Auch wenn es nur ein Spiel ist, das Risiko gehe ich ein. Auch wenn es gegen die Spurs ist, sage ich mal, eigentlich Matchup-mäßig solltet ihr ihm die Karten spielen. Er ist super gut in Form, also so ein starker Rookie. Selten gesehen, damals, als ich die Karte gewonnen habe, wusste ich gar nicht genau, was er da ist und was er da macht. Und bin echt froh, ihn zu haben. Und deswegen nutze ich ihn jetzt gerne. Und das ist meine Aufstellung und meine ganzen Aufstellungen für diese anstehende Spielwoche. Da bin ich gerne auf eure Meinung natürlich gespannt. Welche Spieler würdet ihr sonst aufstellen oder wo geht die überhaupt nicht mit? Und wie sehen vielleicht eure Aufstellung aus? Lasst mich das gerne unten in den Kommentaren wissen. Ich bin auf jeden Fall gespannt auf den Austausch. Wenn euch diese Art von Videos gefallen sollte, denn ich lade die Videos ja wirklich zeitkritisch hoch, mache das quick and dirty, damit ihr die Informationen bekommt und auch noch in eure Aufstellung mit einbeziehen könnt. Wenn ihr das feiert, dann lasst auf jeden Fall ein Abo für dieses Video da. Liked das Video auf jeden Fall aus. Das zeigt mir, dass euch das gefällt. Und aktiviert vor allem beim Abo die Glocke, damit ihr den nämlich benachrichtigt, wenn ich hier ein neues Video hochlade. Vor allem bei diesen zeitkritischen Videos ist es extrem wichtig, dass ihr dann diese Informationen, diese Push-Up-Benachrichtigung bekommt, reinschauen könnt, wenn ihr das nutzen wollt, um dann eben das auch in eure Einstellung mit einbeziehen oder einfach ein paar Hintergrundinformationen zu bekommen. Wenn ihr jetzt bei MBS2R noch nicht eingestiegen seid und ihr sagt, das findet ihr jetzt interessant, dann lasse ich euch dafür unten in der Videobeschreibung meinen Affiliate-Link dazu da. Wenn ihr euch unter dem anmeldet, 5 Limited-Karten in der Auktion kauft, gewinnt, wie auch immer ihr das sehen wollt, dann erhaltet ihr eine Limited-Karte gratis dazu. Der Transparenz habe gesagt, wenn das passiert, würde ich auch eine Limited-Karte gratis dazu erhalten. Wenn ihr euch aber einfach nur so anmelden würdet, ohne Affiliate-Link, dann würdet ihr diese Limited-Karte geschenkt nicht bekommen. Also macht das deshalb auf jeden Fall, wenn ihr nicht meinen Link nehmt von irgendjemand anderen, Freunde, Bekannte, Nachbarn, wie auch immer, macht das aber auf jeden Fall dann wirklich geschenktes Geld quasi. Dann lasse ich euch abschließend hier noch eine Video-Empfehlung und eine Playlist von mir einblenden. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.